Minecraft mit Dirk Schulze 74 Hallo und Willkommen Heute wieder zu einer neuen Folge Wir hatten ja gestern den Keller etwas dicht gemacht Und da wollte ich mir eigentlich noch mal ein bisschen Erde mitnehmen hier Wir haben ja hier genug Dass wir das endlich fertig kriegen Als nächstes brauche ich noch eine Tür Too many items machen wir wieder aus Brauche ich immer wieder zum testen Aber ich vergesse es immer vorher auszumachen Denn ich benutze es hier nicht So alles was wir nicht brauchen lassen wir hier Ja die brauchen wir Wir haben ja irgendwann Hunger Eine Tür haben wir Und da werden wir uns mal eine Tür in die Wand bauen Damit wir dann später auch in den Keller kommen Dann muss ich erstmal gucken wie das oben aussieht Hier haben wir noch Spinnen Die wir uns erstmal noch Die wir erstmal noch erledigen Dort unten weiß ich nicht ob da unten Na hier unten müsste es eigentlich gut ausgeleuchtet sein Ja hier hinten haben wir noch in der Ecke noch ein Stückchen Das müssten wir eigentlich nur ausleuchten Wenn wir da nachher später mal hingehen Können wir das hier Weiterhin tun Dann müssen wir uns hier nachher durchgraben Und ich würde sagen Wir machen uns eine Tür Ja sieht das gut aus Ne machen wir hier Ist doch nicht symmetrisch Oder wollte ich dann einen Erdblock drunter Den Erdblock rausnehmen hier Und da setzen wir einen Holzblock rein Und dann machen wir uns hier eine Tür rein Damit wir hier später nachher hier unten in den Keller runter kommen Ja wie ich sehe Die Schweine wollen hier eigentlich gar nicht raus Mal probieren Wir haben hier noch Weizen da Ob wir die beiden zumindest mit Weizen locken können Hallo Schweini Das eine folgt uns zumindest schon mal Das eine interessiert sich ja gar nicht für uns Hallo Hallo Ja offensichtlich will das Schwein nicht Dann müssen wir es nachher versuchen durch die Tür zu buxieren Das andere Schwein das nehmen Dürfte uns jetzt folgen Dann bringen wir mal das zu den anderen Schweinen Hier erstmal draußen Ja Wir haben jetzt schon so viele Tiere hier Dann werden wir mal noch die Die scharfe paar Dann habe ich jetzt zu früh angeklickt Vielleicht kriegen wir das eine zumindest noch mit zu den anderen hingebracht hier Ja Dann schauen wir mal wo wir hier noch andere Schafe haben Ich glaube zwei hier folgen uns Ja dann dürfen die Schafe hier auch miteinander Ja mehr Schafe habe ich jetzt scheinbar nicht Eins folgt mir noch Aber hier steht noch eins Das bekommt auch Weizen Und da haben wir noch das zweite Schaf Und wie ich sehe Die Schweine haben auch Hunger Beziehungsweise haben Bock auf Sex Ja da kommt das Hühnchen an Das hat aber gar kein Partner hier Zumindest habe ich noch keinen Partner hier Dann werden wir das einfach mal in Ruhe lassen Ach die Schafe können wir später noch scheren Leider wächst in dieser Version hier noch keine Schafrolle nach Was ein bisschen schade ist Aber ich habe ja noch die leise Hoffnung Dass Mojang Das noch updatet Übrigens die Rüstung könnten wir uns hier mal noch anziehen Ja Wir werden uns ja gleich mal noch etwas essen Und dann Werden wir hier weiter zu machen Na Das eine Schwein Das können wir vielleicht später rausholen Wenn nicht wird das Schwein halt einfach geschlachtet Wir haben ja hier oben genug andere Schweine Und wir können ja später nachher auch noch eine neue nachzüchten Ich will bloß erstmal den Fußboden hier zumachen Damit das Gras hier zuwächst Und wir mussten ja unten ausleuchten Damit wir nicht wieder ein Spider-Jockey hier unten rumlaufen haben Ja die anderen erledigen sich wahrscheinlich von alleine Ja da wollte ich die eigentlich nicht hinsetzen Wenn wir da unten wirklich mal einen Keller ausbauen sollten Können wir ja da unten drunter Einfach an der Wand langgraben Und ein bisschen ausgraben Ja Das zu diesem blöden Gras wieder Ich habe ja mal noch Ich hoffe zumindest Dass es irgendwann mal noch geändert wird Dass dieses Gras nicht unbedingt ein Block hoch ist Sondern das ist wie Schnee Wenn man auf Schnee einen Block setzt Dann ist Schnee weg Und das hoffe ich Dass das auch mal mit dem Gras passiert Dass man einfach da wo der Grasbüschel sitzt Ja Dass da einfach auch Der Block hingesetzt wird Und der Grasbüschel weg ist Das würde vieles erleichtern Zum Beispiel hier jetzt Überall muss ich jetzt vorher erst das Gras weg machen Bevor ich hier überhaupt alles zubauen kann Da unten das geht nachher von alleine weg Das dann unten drunter Ja das wird ja eigentlich nicht dunkel da unten aus Egal Ja da machen wir jetzt erstmal hier noch die Plattform fertig Damit wir hier eine Art Bohnen drinne haben Der zumindest auf einer Ebene liegt Und der sich da dann auch grün bewachsen kann Ich könnte jetzt hier eigentlich Ja das mache ich aber nicht Brauche ich nicht Hätte jetzt hier einfach mal einen weglassen können Dass das Gras ein bisschen schneller wächst Aber solange wie wir hier noch bauen werden Da wird sich das Gras noch wachsen Denn die Scheune soll ja noch etwas höher werden Wie die drei Blöcke Und ja ich weiß noch nicht genau wie ich das Dach baue Das entscheide ich dann wenn das soweit ist Es soll nicht allzu spitz werden Das Dach aber auch nicht allzu flach Falls jemand Falls irgendwann mal Ein Update kommt Wo dann der Regen pfützen bildet Und wo man Dach drinnen anbauen muss Ja Da will ich ja nicht die ganzen Häuserdächer umbauen müssen Also muss zumindest das Dach etwas schräg werden Damit das Wasser ablaufen kann Ich weiß ja nicht wie die Planungen so von Mojang sind Aber witzig wäre das schon wenn Ja Wenn Wasser Wenn man eine Dach wieder bräuchte Um das Wasser abzuleiten Und wenn ich gerade mitkriege Baue ich mich hier gerade zu Ja Muss ich mir zumindest einen Block offen lassen Wo ich hier rausspringen kann Ja Das ist immer so schwierig hier So zumindest haben wir jetzt hier die Fläche Auf eine Höhe Und dann sollten wir uns wahrscheinlich für Licht sorgen Damit weil es ja gerade dunkel wird hier Das Konzept wie ich das mir ausgedacht hatte Hier mit den Dreier Funktioniert scheinbar nicht ganz richtig Das sieht irgendwie noch doof aus Aber ich mache das erstmal so Das können wir nachher später noch ändern Zumindest haben wir denn hier schon mal Nicht mehr ganz so Ist nicht mehr ganz so dunkel So wie ich das gerade sehe Wird es auch gerade wieder Nacht Das heißt wir brauchen wieder Licht In der Nacht wäre wir schlafen gehen Das ist viel gesünder Vielleicht ist es besser Wenn wir einen Zweierabstand machen Aber Das ist dann wahrscheinlich auch für die Tiere besser Muss man braucht dann halt mehr Fackeln Dann setzen wir hinten in der einen in der Ecke Wir haben zwar jetzt genug Kohle Aber Und die Tiere wollen es ja nachher auch nicht so dunkel haben hier Ist das noch ein Creeperloch Oder ist das einfach nur ein anderes Loch Machen wir das mal zu Ja Das ist stockfinster Und deswegen gehen wir jetzt schlafen Gute Nacht Und guten Morgen Was haben wir denn ein Holz dabei Ja das dürfte aber erstmal eine Weile reichen Aber die Erde könnten wir wegpacken Wir behalten nur ein Stack dabei Das reicht Und wo wir schon mal dabei sind Hauen wir das ganze Holz hier mit rein Wir brauchen zwar zum größten Teil die Planken Ja Fackeln sollten wir uns nochmal machen Aber das dürfte erstmal reichen Und wir schauen mal was so alles gespawnt ist Wahrscheinlich hier nichts Wie sieht das eigentlich von außen mit der Türe aus Schauen wir mal kurz Da fällt kaum auf Dass da unten eine Kellertür drin ist Das können wir ja später noch ändern So damit ich jetzt hier hochkomme Mache ich erstmal eine Eine provisorische Treppe Ja die können wir später nachher weiterführen Ich wollte jetzt hier noch zweimal drauf Und dann werden wir sehen wie es dann weiter geht Also jeweils zweimal Aber da werden die Holzplanken Die muss ich dann wahrscheinlich sofort weitermachen Und nochmal welche herstellen Aber deswegen haben wir jetzt das Holz mitgenommen Also planken Nochmal planken Dann packen wir das nochmal weg Können wir ja zu jeder Zeit neu machen Und sehen wie lange wir brauchen Hier einmal ringsrum Da unten liegt eine Fackel Die ich abgeschlagen habe Habe ich hier aber nicht aufgesammelt Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sieht Ich kann es hier ganz genau erkennen Und da liegen auch Knochen Von irgendeinem Bogenschützen Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust Die aufzusammeln Und wenn nicht Wir können ja in eine Höhle gehen Und können uns wieder einen Bogenschützen Einfach Ein umlegen Die Scheune hier wird wahrscheinlich auch ziemlich groß Gleich die Ecken wieder ausfüllen Und wir brauchen hier eine ganze Menge Holz Hier könnten wir uns eigentlich jetzt überlegen Wie ich das Tor zumache Wir sind drei hoch Und vier breit Also würde ich sagen Machen wir noch eins höher Und dann Das heißt ich kann jetzt eigentlich hier Vier rüber bauen Auf dem Schleichweg Und dann Ja Sind unsere Planken Wie ich sehe Schon wieder alle Ja Bei so einem Bau sind Zwei Stacks überhaupt nichts Ach die Brauchen wir jetzt im Moment nicht Und die Weizen brauchen wir auch nicht Wir könnten uns nochmal eine Schüssel draufsetzen Hier Aber bis jetzt haben wir noch keinen Hunger Nicht dass wir hier von der Wand fallen Wegen Hunger Ja Ist recht spannend Aber man kann hier oben auch die Aussicht genießen Hier ein kleines Tannenwäldchen Da ein Birkenwäldchen Da hinten in der Ferne Normale Bäume Unser Dorf Bald ist das Dorf hier nicht mehr zu sehen Und man kann aufs Meer hinaus blicken Soviel dazu Dass ich keine Dass ich keine Axt mehr in der Hand habe hier Beziehungsweise mit dem Scrollrad nicht auswählen kann Aber das Verklicken geht Geht ganz schnell Aber wir sind ja gleich Was habe ich da jetzt Einen vergessen Ja Dann setzen wir den da rein Bin immer etwas zu schnell mit dem Klicken Hier im Survival-Modus ist man noch langsam Im Kreativ-Modus da kann man Obzuck die Blöcke setzen und wieder wegschlagen Hier im Survival-Modus geht alles etwas langsamer Und da sind wir dann schon einmal rum Komme ich da jetzt auf der andere Seite ran So wie es aussieht nicht Das heißt ich muss mir hier erst mal einen noch bauen Und in der Dreiehe müsste es gehen Ja Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Erde Damit ich Hier einen Abstieg bauen kann Ja der war zu hoch Damit wir hier wieder hoch kommen Ja wieder oben drauf setzen So dass erst mal eine provisorische Treppe Ja die Höhe dürfte reichen Da kommen wir jetzt hier um Zwischenbalken rein Eins höher Und dann müssen wir mal sehen Wie wir hier Ich will hier ein paar Pfeiler reinsetzen Die dann genau wieder hier Diesen Pfeilern immer gegenüber stehen Dann werden wir mal sehen Wie weit war Wie das jetzt aussieht Wie man sieht Das Gras wächst schon die Treppe hoch Aber das hier dauert noch eine Weile Aber so wie es aussieht Und wächst das Gras auch ziemlich schnell So jetzt will ich euch mal zeigen Beziehungsweise werde ich jetzt das machen Und wir werden hier einfach mal Solche Balken durchziehen Wie das in einer Scheune so üblich ist Das heißt ich setze hier oben einen drauf Und dann geht es abwärts rückwärts Den ganzen Balken durch Das geht fast automatisch Man muss bloß die Stelle hinhalten Wo er automatisch klickt Und sobald man die Stelle erreicht hat Wo man rückwärts gelaufen ist Klickt der hin und dann läuft man weiter Also man kann die Maustaste festhalten So Dann sind wir schon einmal rüber Dann können wir das hier wieder machen Ja von den verschiedenen Bäumen Gibt es die Textur Aber nicht Nicht oben drauf Nur an der Seite Das ist manchmal ein bisschen kurios Aber es ist so Oben drauf ist immer die Textur Von den Standardbäumen Aber ich finde Diese Diese Tannen Sehen eigentlich recht gut aus Wir haben mal sehen Vielleicht müssen wir ringsherum Einfach mal noch einen Kranz ziehen Das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus Aber Würde ich sagen Wir machen hier oben die zwei fertig Die zwei die wir noch haben Und so viel Holz Durfte ich noch haben Und dann werden wir mal die Tannen Einfach mal umhauen Die dort Rechts von mir jetzt auf den Hügel stehen Das heißt wir werden wieder Bäume fällen Da wir hier einiges an Holz brauchen Und da ist unser Stack alle Ja das bisschen Holz was wir hier haben Sieht zwar immer noch viel aus Aber sonst Stack ist nicht viel 64 Stück Und so wie es aussieht Wird es auch dunkel Das bedeutet Holzfälleraktion Erst wieder für die nächste Folge Ich mache jetzt hier den einen Ja den einen Balken noch fertig Und dann werden wir Zum Haus zurückkehren Und schlafen gehen Ich mache deswegen in der Mitte Pfeiler rein Damit ich da dann nachher Ein paar Lampen anpinnen kann Irgendwie ist komisch Dass es hier keine Monster gibt Aber ich hatte ja nicht auf Peaceful Was den Was diesen Knochen Der dort unten lag Beweist Und dass auch die Spinnen da waren Aber ich sehe von hier oben Überhaupt keine Monster Na gut Umso besser können wir schlafen Ja die Kühe Die paar Möne nachher aus dem Stall Dann sind sowieso schon eine ganze Menge Und gute Nacht Und viel Spaß für die neueste Folge Und Tschüss Und dann geht's Und dann geht's Vielen Dank.